Stepkick-Mannschaft Hi Kids, ich bin Enzo Leopold, spiele seit zwei Jahren inzwischen bei 96 und freue mich auch wieder sehr, hier zu sein. Warum? Weil ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung nicht nur für uns als Leistungssportler sehr, sehr wichtig sind, sondern auch für euch Kids. 1800 Kinder und 10 Profi-Clubs in ganz Deutschland machen mit und wir wollen mit euch den Siegerpokal holen. Mit der Uhr könnt ihr eure Schritte zählen, in der App übertragen und mit anderen Klassen vergleichen. Das heißt, je mehr ihr euch bewegt, desto besser sind eure Chancen zu gewinnen. Auf www.step-kick.de könnt ihr zudem spannende Videos über Ernährung und Bewegung finden, natürlich auch von uns. In verschiedenen Challenges tretet ihr gegen andere Klassen unseres Clubs und eurer Schule an. Und übrigens, auch wenn Stepkick vorbei ist, könnt ihr eure Fitnessanwender behalten, also passt gut darauf auf. Gemeinsam holen wir die Stepkick-Meisterschaft und holen uns den Pokal. Nehmt ihr die Challenge an?